Moin Moin und herzlich willkommen zu einer kurzen Futtermittelanalyse. Heute geht es um ein Futter von Wettkonzept und zwar das Futter Doxana Fertz für Hunde mit Nährstoffunverträglichkeiten. Zu dem Thema Nährstoffunverträglichkeiten komme ich am Ende des Videos kurz, wenn es um meine Meinung zu diesem Futter geht. Geht aber zunächst einmal zur schlichten sachlichen Analyse. Das erste, was ich mir immer ansehe, wenn ich ein Futter analysiere, ist die Zusammensetzung, die Deklaration. Es geht darum zu gucken, wie viel der Inhaltsstoffe denn in der Deklaration aufgeführt sind. Bei dem Wettkonzept Doxana Fertz ist das Ganze überschaubar, wie bei vielen Trockenfuttermitteln. Hier verrät der Hersteller nur 28,6 Prozent der enthaltenen Inhaltsstoffe. Damit gibt es dann sieben Punkte Abzug in Bezug auf die Deklaration. Die Zusammensetzung Sehen wir uns die Zusammensetzung genauer an. Es handelt sich hauptsächlich um Gemüse, denn Gemüse steht an erster Stelle in der Deklaration, und zwar Kartoffel und Pastinake jeweils getrocknet. Gefolgt von Fleisch und tierischen Nebenerzeugnissen, in Klammern Pferdefleischmehl, dahinter nochmal in Klammern 28,5 Prozent. Das ist jetzt etwas, was ich nicht verstehe, denn Pferdefleischmehl ist Mehl vom Pferdefleisch, also nicht von Organen oder anderen Körperteilen, Knochen und so weiter, sondern Pferdefleischmehl muss eigentlich Fleischmehl sein vom Fleisch. Dann ist die Frage, die 28,5 Prozent, bezieht sich das auf Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse zusammen? Also sind 28,5 Prozent tierischer Bestandteil. Ich würde das jetzt mal so interpretieren, weil die 28,5 nochmal in der zusätzlichen Klammer steht. Ja, ein bisschen verwirrend, aber ich deute das mal so und gehe jetzt weiter davon aus, dass das denn auch so richtig ist. Dann kommen dazu Öle und Fette. Da ist nicht deklariert, was für Öle und was für Fette. Also es kann pflanzliches Öl sein, tierisches Fett. Im Grunde genommen auch Fett von jeder anderen Tierart, denn es handelt sich um ein Monoprotein-Futter. Das heißt, das Protein, das Eiweiß, ist von einer Tierart und zwar vom Pferd. Das bedeutet aber nicht, dass die Fette nicht auch von anderen Tierarten sein können. Ist schlichtweg nicht angegeben, woher die Fette und Öle stammen. Für eine Ausschlussdiät ist das in der Regel auch ausreichend, wenn es sich um ein Monoprotein handelt, da die meisten allergischen Reaktionen Reaktionen auf die Proteine, auf die Eiweiße sind und nicht die Fette. Das wäre schon extrem ungewöhnlich. Von daher für eine Ausschlussdiät ist es sicherlich damit geeignet. Aber ich verzettel mich und gehe schon wieder viel zu sehr ins Detail. Zurück zu den Zahlen. Öle und Fette, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Zellulose ist dann als Ballaststoff vorgesehen, gehe ich von aus. Mineralstoffe, klar, müssen ins Futter. Ist aber auch keine Angabe, welche und woher. Chicoré-Wurzel als Quelle für Inulin mit 0,1%. Ja, Chicoré hat natürlich viel mehr als Inulin zu bieten. Wie das berücksichtigt wird, weiß man bei dieser Deklaration jetzt auch nicht. Alles in allem gibt die Deklaration nicht viel her über die Zusammensetzung. Wir wissen, Kartoffel, Pastinake sind getrocknet drin. Das ist klar deklariert und angegeben. Nicht wie viel, aber auf jeden Fall mehr als der tierische Anteil. Und ja, sehen wir das Ganze mal in meiner Bewertung uns an. Ja, für meine Bewertung bedeutet das, ich habe da eigentlich nicht viel zu tun, weil ich kann überall im Futter enthalten 0 eintragen. 0 trage ich ein, auch wenn nicht klar ist, wie viel drin ist, weil es dann einfach nicht für meine Bewertung zu beurteilen ist. Es wäre, fände ich nicht richtig, jetzt andere Kriterien anzusetzen als bei anderen Futterarten. Auch wenn es sich hier um ein Diätfutter handelt, soll es ja vergleichbar sein in der Bewertung als Alleinfuttermittel zur dauerhaften Gabe. So, und dann haben wir tierische Bestandteile, pflanzliche Bestandteile, habe ich bei beiden 0 angegeben, weil es sind zwar 28,5% Fleisch und Nebenerzeugnisse angegeben, aber bei den Ölen und Fetten weiß man nicht, wie viel da drin ist, wie viel davon tierisch, wie viel pflanzlich ist. Also letzten Endes kann man keine Aussage treffen. Das Gleiche auch bei Fleischorganen, Gemüse, Obst, Kräuter und Öl. Also die ganze Zusammensetzung ist nicht beurteilbar. Analytische Bestandteile. Die analytischen Bestandteile liegen so, wie ich das von fast allen Futtermitteln gewohnt bin, im Bereich meiner Empfehlungen, die sich ja auch mit Empfehlungen von Herstellern und so weiter decken. Das ist also alles im grünen Bereich, bis auf Calciumphosphor. Das ist mit 0,02% etwas über dem, was ich empfehlen würde, ist für mich völlig tolerierbar und schlägt sich auch in der Bewertung des Futters nach meinem Analyseverfahren hier kaum wieder. Bemerkenswert finde ich, dass Rohprotein eher etwas unter meiner durchschnittlichen Empfehlung liegt und Fett aber schon am oberen Rand von dem, was ich empfehlen würde. Was bedeutet, dass das Futter tendenziell eher fettlastig ist, verglichen mit anderen Futtersorten. Und naja, Fett kann eben auch zu Verdauungsproblemen führen. Kommt dann auch drauf an, was für ein Fett. Also das ist was, was mir nicht ganz klar ist, warum der Hersteller das so gewählt hat, mit dem relativ hohen Fettanteil. Aber gut, ist für mich im tolerierbaren Rahmen. So, das sind dann auch schon die Fakten. Und ja, es gibt halt nicht viel her. Von daher ist man mit der sachlichen Betrachtung der Zahlen schnell am Ende. Was bedeutet das Ganze jetzt? Ja, der Hersteller schreibt auf seiner Internetseite, ich blende mal das Zitat ein, Hunde mit Nährstoffunverträglichkeiten sind in ihrer Ernährung besonders anspruchsvoll korrekt. Für bestmögliche Verträglichkeit, einen harmonischen Stoffwechsel und den Erhalt ihrer Fitness benötigen sie eine genau ausbalancierte, leicht verdauliche Nahrung mit moderaten Fett- und Proteinwerten und einem ausgewogenen Gehalt an essentiellen Fettsäuren. Ja, das ist richtig. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass ich als Ernährungsberater das sehr kritisch sehe, insgesamt diese Diätfuttersorten, nicht nur bei Wettkonzept. Denn für mich muss eine Diät auf den individuellen Hund zugeschnitten sein. Und gerade bei Nährstoffunverträglichkeiten ist für mich die Frage, warum verträgt der Hund diese Nährstoffe nicht? Wenn der Hund zum Beispiel eine Allergie gegen Kartoffeln hat, dann ist dieses Futter natürlich grundverkehrt. Gut, das Futter ist auch für Ausschlussdiäten geeignet, wenn ein Hund vorher noch keine Kartoffel bekommen hat. Also man kann das da in manchen Kontexten sicherlich sinnvoll einsetzen. Aber ich halte es eben für, ja, für Ausschlussdiäten in einigen Fällen geeignet. Aber als Futter, als Lösung für Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Nährstoffunverträglichkeiten finde ich es schwierig, wenn man nicht weiß, um welche Nährstoffe es sich handelt und warum diese Unverträglichkeit besteht. Aber wie gesagt, das gilt nicht nur bei Wettkonzept, das gilt bei allen Diät-Futtermitteln. Ich habe dazu auch mal ein eigenes Video gemacht zu dieser Problematik oder Thematik. Blende ich oben mal ein. Kannst du dir gerne angucken, da geht es dann nochmal intensiver darum. Doxana Pferd berücksichtigt optimal die Bedürfnisse von Hunden mit Nährstoffunverträglichkeiten. Die Rezeptur enthält nur ausgewählte und zahlenmäßig begrenzte Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. Das ist soweit richtig, optimal die Bedürfnisse von Hunden mit Nährstoffunverträglichkeiten berücksichtigen. Wie gesagt, da gilt für mich jeder einzelne Hund zu betrachten und darauf für diesen Hund eine ausgewählte Ernährung zu konzipieren. Das lässt sich mit keinem Fertigfuttermittel in irgendeiner Form gestalten. Aber man kann Fertigfuttermittel durchaus, also Fertigfuttermittel als Basis für einen vernünftigen Diätplan nehmen. Geht wunderbar. Dann muss man allerdings wissen, was ist in diesem Futter drin. Alles in allem wäre das Futter weiter aufgeschlüsselt in den Bestandteilen, vor allen Dingen auch der tierische Bestandteil wäre da. Das Ganze ein bisschen konkreter benannt, was denn vom Pferd da drin ist, was für Nebenerzeugnisse da drin sind. Das kann ja bis zu den Hufen alles sein. Wäre die Beurteilung sicherlich besser, aber so kommt das Futter gerade mal mit 13 von 18 Punkten auf ausreichend. Und ja, es ist wie es ist. Es ist ausreichend. Mehr kann ich dazu nicht sagen. In diesem Sinne, alles Gute, alles für den Hund und auf bald. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!